Gibt es hier was umsonst? Und wenn ja, was? Diese Fragen werden sich am Mittwoch viele Passanten in der Passauer Fußgängerzone gestellt haben. Der Grund dafür war eine durch die ganze Ludwigstraße reihende Schlange junger Studenten. Diese wollten jedoch nichts umsonst. Ganz im Gegenteil. Die heißbegehrten Campus Passau Kapuzenpullis kosten knapp 60 Euro. Vor allem via Facebook wurde Werbung für den Straßenverkauf im Café Vios gemacht. Die Werbekampagne der BWL-Studenten Maximilian Böck und Franz Bertges kann durchaus als professionell bezeichnet werden. So schafften sie es auch, hunderte ihre Kommilitonen bei bestem Wetter von der Uni in die Altstadt zu locken. Da sich sowohl das Warten als auch das Geld gelohnt hat, darüber waren sich bei der ersten Anprobe alle einig. Schließlich ist Flaggezeigen Pflicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.